Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dying Light 2 Stay Human. Und zwar mit der Nebenquest. Ähm, nee das ist eine Nacht, okay. Mauer der Tapferkeit, ein tödlicher Tausch. So, na. Die machen wir jetzt, diese Nacht Nebenquest, wie gesagt, die machen wir später. Wenn wir dich beim Klauen erwischen, verlierst du eine Handkuppel. Keine Ordnung ohne Strecke gesetzt. Ja, das ist doch falscher Traumdreher, ja. Ja, doch falscher, ja, wusste ich gleich, der war falsch. Cool, okay, meine ich. Ich weiß gar nicht, wie lange die Vorfolge ging, ich hoffe jetzt nicht zu krass lange. 1,7 Kilometer in die Richtung, das ist andere Karte. Das ist andere Karte. Ja. Ja gut, ähm, da kann ich ja eigentlich nur Schnellreise machen. Weil, das wäre jetzt natürlich ein krasser Weg. Da müsste ich ja... Ich... Oh Gott. Ich weiß es gar nicht so genau. Okay, komm, das ist schon okay. So, zu einer anderen Karte. Da fliege ich mal lieber rüber. Also, von 12.12 bis... Wie schnell ist die Bahn? Bis 12.12. Das ist die schnellste Bahn, die ich jemals gesehen habe. Krass. Okay. Wow, das war doch schlecht. Okay. Welcome to the... Haben wir... Hier ist wohl doch nichts. Ja, ich habe dich doch gerade gerettet. Gib mir alle dein Geld. Okay. Äh. 1. Okay. Scheiße. Okay. Okay. 260. Ach, hier sind wir. Kennen wir doch. Nein! Okay, alles gut. Wow. Okay, das Ding ist falsch rum. Mist. Okay. Guten Tag. Naja, nervt mich. Tschööö. Tschööö. Ich bin beim Fitnessstudio, Kyra. Hast du eine Ahnung, wo ich Bartas Leiche finde? Bartas ist sicher irgendwo in der Nähe eines Haufens getöteter Feinde gefallen. Egal. Hör es dir am besten selbst an. Findest du es nicht komisch, dass uns die Basalleute an so einem Ort einen verletzten PK übergeben wollen? Okay, das scheint von anderen Missionen zu sein. Schöne Grüße an Jack und Duke! Bautes! Bautes! Was ist passiert? Sie hat sieben Dukes erledigt. Sie ist tot, Chris. Da kommen noch mehr Dukes. Wir müssen weg. Wir bleiben hier. Chris, Bautes hat dich nicht gerettet, damit du noch abkratzt. Komm jetzt! Hier ist noch eine. Hier nicht zu weit. Jetzt die Frage, kann ich die... Kann ich die nehmen? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Krass, sind alle hochgegangen? Auf einmal? Guck mal. Oh, verdammt. Guck mal. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Dann die Schuhsuche. Ich gucke mir die mal kurz an. Oh, geht aber noch. Alles gut. Kannst du benutzen. Gehe nur ich da. Mein Glückster. Halt in die Klappe. Das wär jetzt schade, wenn wir schon die Mission fertig hätten. Die haben wir schon fertig. Ähm. Okay, das wäre jetzt ein Video von, keine Ahnung. Zwei Minütchen. Boah. Fangen. Hangen. Ah. Ah. Ach. Ah. Der Drucker spielt. Ah. Ah. Ein bisschen schlecht. Oh. Ah. Ah. nicht zu früh abgebrochen oder okay wenn du das sagst stimmt da muss ja doch ich habe ich schon schlafen noch welche das gebäude das gebäude gehört ja ist gut ich brauche dich noch mal zuhauen wir sind hier nicht bei der set wie gesagt daraus gibt es hier schon viel zu holen ich meine das ist Geld oder Molotow cocktail äh Items da muss man auch dran denken wow ich glaube die so einen riesen Raum machen würden für 3-4 Röhrchen ach guck mal ich komme nicht weg wir müssen ja auch noch mal unbedingt irgendwas mitmachen ja 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 Hoppla Okay Ich weiß noch nicht, wie er richtig liegen soll. Das geht mir abends auch immer so Okay Da drin sind noch welche, kein Thema Die holen wir uns gleich noch Die Mission wäre dann ja wirklich Äh In meinen Augen zu schnell Vorbei Das weiß ich noch nicht Wie ich da hinkomme Ja Wo komm ich denn bei euch rein? Sag mal Ich glaube Ihr wurdet da versehentlich platziert, wa? Ich würde sagen Die wurden versehentlich da platziert Oh Was sind das? Welch ein schöner Zufall Stofffetzen Ja, geil Äh Ja Dann schade Ist halt mal jetzt eine kürzere Folge Na gut Dafür kriegen jetzt die anderen ja auch schon ziemlich lange immer wieder Ja Ich hoffe, dass sich Jack Matt um diese verdammten Abtrünnigen kümmert Ich will nicht, dass mein Name irgendwo auf einem Gedenkstein in den Straßen landet Kling Ist nicht irrenweilig heute Lass mich in Ruhe Ich denke nach Oh Die hat doch cool gelaufen Hast du neue Marken gefunden? Ja Achso, ja Oh ne, diesmal sogar nur Oder hab ich das vergessen? Nein, hab ich nicht Es hat lange gedauert, aber hier ist sie Die Marke von Bates Danke, im Namen ihres Mannes Du hast dir was verdient Äh, gracias Pilger Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll Die Brüder des Trupps 404 sind wieder vereint Fast Vielen Dank Fast? Aber ich dachte... Nein, vergiss es Gibt es noch jemanden? Du wendet deine Zeit nicht Wir haben schon nach ihm gesucht Kyra Wir dürfen nicht vergessen Hast du selber gesagt Eine Marke fehlt noch Die von meinem Leon Die PKs haben überall im VNC-Turm gesucht Aber sie konnten die Marke von Leon nicht finden Und seine Leiche auch nicht Nach mir hat ihn keiner mehr da gesehen Ich werde ihn suchen gehen Wirklich? Das würdest du für mich tun? Für dich und für mich Ich war damals bei Leon Das wird... Das wird viel Das ist aber auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall die nächste Folge dann Mauer der Dapferkeit Tödlicher Tausch Den haben wir fertig Haben das nicht so geil oder so Okay Und... Ja, dann erstmal vielen Dank für's Zuschauen Aber nicht mich Gib da noch und treibt den Kommentar Ob ich dir das Video gefallen hat Tschüss Okay 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 Sein Dumpen Auf jeden Fall Ich habe es nicht zu sein